Hallo Leute, willkommen zurück hier in der Fensternacht in Factorio, wo wir heute mit BobsMod uns darum kümmern wollen, wie wir an Kunststoff kommen. Kunststoff ist hier und dafür brauchen wir nicht wie im Vanilla Game Flüssiggas und Kohle, sondern Flüssiggas und Chlor. Und Chlor, das müssen wir erstmal rausfinden, wo wir das herbekommen. Glücklicherweise haben wir FNEI, was uns hier behilflich sein kann. Wir können das aus Salz und reinem Wasser machen, aus einer Flasche, hilft uns wahrscheinlich nicht weiter. Oder aus salzigem Wasser. Das haben wir aber noch gar nicht erforscht. Drum denke ich, ist das unsere einzige Möglichkeit. Der Wasserstoff, den können wir möglicherweise in Energie umwandeln. Und was wir mit Sodiumhydroxin machen, müssen wir rausfinden. Das brauchen wir dann für die blauen Wissenschaftspakete, für Batterien, für Aluminium und für Silvioxid. Das heißt, wir sollten das wahrscheinlich auf die Seite legen. Nun, wo bekommen wir reines Wasser und Salz her? Reines Wasser machen wir aus Wasser. Und zwar in der Destillerie und Salz machen wir auch in Wasser mit einem chemischen Ofen. Und das Ganze machen wir wahrscheinlich hier unten in der Gegend und holen uns das Wasser von da drüben. Ich denke, ich lege da mal ein paar Rohre, sodass wir das nötige Wasser da drüben haben. Ähm, ich habe da noch einen Ofen, ich habe einen Elektrolyser. Wir brauchen aber... Moment mal... Ähm... In einer Destillerie. Ich denke, das machen wir dann so. Vielleicht... Ein paar mehr Öfen, bevor ich mich da runter begebe. Wasser haben wir am Start. Und dann können wir uns mal daran machen, ähm... zu schauen, wie kommen wir da an... Was brauchen wir? Salz. Oder reines Wasser. So. Ähm... Reines Wasser. Gut. Gut. Und dann... Tank hier hin. Reines Wasser. Und dann die zweite Geschichte. Salz. Das machen wir in den Öfen. Die Öfen hier. Und das müssen wir dann auch eben auslegen. Die Öfen. Strom. So, jetzt wo wir Salz haben und reines Wasser, sollte es uns doch möglich sein, daraus Chlor herzustellen. Das machen wir aber in einem Elektrolyser, in dem ich einen habe, kann ich mehr bauen. Gut. Dann hier werden wir sowas brauchen. Dann hier umführen wir das Salz ran. Das müssen wir da irgendwo reinbringen. Und dann haben wir hier den Ausgang. Keinen Tank mehr. Und was mache ich damit? Dann kann ich das einfach in die Luft lassen. Und dann brauchen wir hier. Machen wir das so. Dann ist das schön auf einer Linie. Ja. Dann kommt das ran. Dann haben wir hier Flüssiggas. So verbinden können. Und dann Kunststoff. Und hier den zweiten lassen wir kurz knicken. Und dann haben wir hier noch einen großen und wir haben Kunststoff. das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt können wir das ganze hier nach oben führen. Und dann sehen wir uns dann auch das Flüssband nicht sehen. Dann holzen wir uns hier eine Schneise aus. So dass wir unser Kunststoffband da nach oben durchlegen können. Und dann sehen wir das hier auf diese Seite rüber. Da nach oben. Hier hin. Und dann verlängern wir den restlichen Bus. Bis wir alles ergänzt haben. Was wir so geschafft haben. Gut. Das war die letzte Forschung. Die so nebenbei lief. Was wir jetzt weiter haben sind hier diverse Verarbeitungsschritte. Die wir früher oder später auch benötigen. Zink für Legierungen. Ja. Das eröffnet jenste weitere Forschungen. Dann die Elektromotoren. Die Elektromotoren. Den Karnesser können wir auch machen. Invar. Gut. Ja. Haken wir das auch ab. Und dann die Logistik 2. rote Fließbänder. Und dann hinten dran werden ein paar weitere Dinge kommen. Denn wir werden Silikon brauchen auf dem Weg zu den blauen Fläschchen zur blauen Forschung. Aber das dauert noch eine Weile. Und in der Zwischenzeit können wir warten bis wir hier Kunststoff an den Start bekommen. Es sieht nicht so aus als ob wir hier Füllkunststoff bekommen. Und das liegt möglicherweise daran dass wir etwas wichtiges übersehen haben bei unserer Produktion. Denn wir haben ja als wir uns die Rezepte angeschaut haben haben gesehen dass wir da ein Nebenprodukt haben das wir auf die Seite legen müssen. Sodium Hydroxid das wir dann später brauchen. Und ich glaube ja das kommt aus diesem Schritt raus. Darum machen wir das mal hier hin. Und dann 5 Kissen und 5 Kissen. Und dann machen wir das etwas anders. Und dann können wir einfach lange Knickarme ran machen. Und dann können wir einfach lange Knickarme ran machen. Und dann können wir einfach nur die Kissen und die Kissen und die Zodiohydroxid einladen. Und dann können wir einfach nur die Kissen und die Zodiohydroxid einladen. Gut auch dieses Problem behoben. Was wir in der Zwischenzeit auch geforscht haben sind die Militärwissenschaftspakete. Und dafür können wir auch eine Fabrik bauen. Dann können wir dochнизieren auch ein bisschen übersetzt werden müssen. Die Kissen und an dem Angläut manipulieren. Und hier sind genauso gut irgendwas. Jetzt kommt die Kissen imесть. Und dann kommt den Ap мень Santo independimal an. Ja, das wird's tun. Dann ziehen wir hier. Und dann müssen wir hier nur noch die entsprechenden Gebäude platzieren. Wir werden das allerdings erstmal mit den langsameren Fallbändern machen. Wo haben wir eins hinbekommen? Ähm. Wo nicht. Wollen wir halt GdW einsetzen müssen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch schauen, ähm, wo wir denn die Anschlüsse hinmachen, damit auch die nötigen Ressourcen, die wir benötigen für die Option, dass wir die alle haben. Aber eins nach dem anderen. Dann, wir haben den Blaubauplan ja hier schon mal drauflegen. Das heißt, es sollte keine große Hexerei sein. Das entsprechend zu platzieren. Das dürfte dann der Ausgang sein. Und ich mach das einfach mal fertig. Schau dann auch, wie wir, ähm, wie wir das Ganze mit Strom versorgen. Ähm, damit wir hier dann auch alles, äh, rausbekommen, was wir haben müssen. Es ist geschafft. Mit Kopfer nun auch angeschlossen. Sollten wir alles haben, um die Militärpakete zu produzieren. Ähm, was ich hier vergessen habe, war, dass wir hier die, äh, Ziegelsteine brauchten. Ähm, und dafür haben wir hier unten jetzt zwei neue Bänder. Und weil alles hier zu eng ist, ähm, da, äh, außenrum, äh, eine, eine Linie. Und hier behelfsmäßig, äh, eine kleine Ziegelschmelze. Äh, ich denke nicht, dass wir vorderhand allzu viel benötigen. Denn wir brauchen sie ja nur für die, äh, die Mauern. Und da haben wir schon einige, äh, auf Vorrat. Ähm, und wir das jetzt hier ranlegen. Ähm, ähm, äh, äh, Und dann das Ganze hier rumziehen. Und dann hier noch weitere Reifarme platzieren. Dann sollten wir in der Lage sein, auch Militärforschung vorantreiben zu können. Wie hier, äh, 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 die paar hier. Ich denke, die, die vor allem interessant sind. Zumindest im Moment, äh, dürfen da die, äh, die Schadensforschungen sein. Aber wir müssen auch alles andere, äh, äh, vorantreiben. Ähm, 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 hier einfach mal ausfüllen. Uh, Auto. Das wäre sicherlich eine feine Sache. Ähm, schnelle Greifarme. Ja, können wir auch. Und dann werden wir einfach weiterforschen mit dem, was wir haben. Ähm, aber ich denke, das war es erstmal für heute. Und ich denke, nächstes Mal geht es dann um die blauen Fläschchen. Ähm, die hier, äh, da müssen wir erst noch die, äh, fortgeschrittene Elektronik erforschen. Und die versteckt sich hinter dem, äh, Silikon. Und ich denke, da, ähm, ähm, brauchen wir dann die erweiterten Schaltkreise. Äh, das wird dann nochmals eine ganz andere Nummer werden. Ähm, ähnlich wie die gelben Schaltkreise. Die roten, die haben zusätzliche Komponenten. Die wir benötigen. Aber, wie gesagt, das soll ein Problem der Zukunft sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet auch's nächstes Mal wieder ein. Bis dann. Und tschüss.